Ja, hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Tiny Football und dem Eskalation 2023 im Saisonmodus. Wir sind in der fünften Folge, glaube ich. Ja, wir machen mal den Mauspfeil nach links oben oder nach rechts oben, dass er nicht stört. Und schau mal, wie es weitergeht beim Eskalation. In der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass unsere Spieler sich auch verbessern. Das ist ja voll genial. Ja, da sollte man vielleicht dann doch die jungen Spieler ein bisschen halten, von meinen, die ich habe. Und ein bisschen mehr einsetzen. Aber, ja, die Gegner sind halt auch hart. Ja, es ist das vierte Heimspiel in Folge. Also, wie bitte das funktioniert? Wer macht denn die Spielpläne hier? Und wir spielen gegen den 1. FC Köln. Sind denn meine Spieler jetzt immer noch gesperrt hier? Nein, wir können... Oh, doch, verdammt. Sie sind immer noch nicht einsetzbar. Das muss doch jetzt langsam mal aufhören, bitte. Ich dachte, ich hätte jetzt schon drei Spiele gehabt, wo die gesperrt waren. Der Biersinger ist wie lange noch kaputt? Steht das irgendwo? Kann ich mir das angucken? Na, leider nicht. Das heißt, wir müssen mit der selben Aufstellung antreten, wie die letzten Spiele. Und wir probieren das auch gleich. Wir machen gar nicht lange rum. Wir spielen wieder fünf Minuten gegen Köln zu Hause. Ja, wir schauen mal, was das wird. Dem Sinne, gar nicht lange rumlabern. Geht's diesmal direkt los. Spielstarten, Eskalation. Profischer mit der sieben. Spielt auf der Außenbahn. Ich weiß nicht, ob ich den mit dem Karkurksar wechsle. Können wir das noch machen? Profischer. Die haben eine 62, beide. Der Profischer ist aber älter. Bring den Profischer mal in die Mitte rein. Vielleicht kann er sich durch sein Alter besser durchsetzen. Auf geht's. Wer hat Anstoß? Wir werden sehen. Wahrscheinlich wieder Köln. Oh, nee, wir fangen an. Oh, Schiedsrichter. Oh, was für eine Gurke. Ihr müsst bei dem Spiel übrigens wirklich auf Fernschüsse gehen. Das ist eigentlich mit das beste Mittel hier, um zum Erfolg zu kommen. Du machst der Computer ja was auch. Ja, da kannst du dich aufregen, wie du willst. Unser Unaussprechliche. Geht vor hinten, fasst euch. Und knall das Ding mal ab rein. Jawohl. Klubore, Luerende. Lumare und so weiter. Das 1 zu 0 gegen den 1. FC. Das ging ja schnell. Unsere Fans sind außer sich. Das fängt gut an. Wir müssen die Moral brechen des FC. Durchsetzen, durchsetzen, durchsetzen. Oh, bösen Foul. Das gibt's ja wohl nicht. Aber da würde ich Karten sehen jetzt hier. Elbe Karte für Skara. Voll. So, da wird sich der Ball zurechtgelegt. Und de Kock hat schon mal ein Freistoßtor geschossen. Der kann das. Aber nicht so. Das war dann mal wirklich gar nichts. Profischer, Profischer aufs Entfernung. Und Profischer trifft auch. Das 2 zu 0. Ich sag doch, die Fernschüsse. Ihr müsst hier auf Fernschüsse gehen. Der Eskalation. Mit seiner Heimstärke. Der Wahnsinn der Liga. Ja, und da habe ich in den letzten Folgen immer noch geschimpft. Auf Schwierigkeitsgrade und sowas. Aber die Fernschüsse, wenn man sie lenkt, sind echt gut. Bin ich ja spät drauf gekommen, dass man das machen muss. Aber die Abwehr. Oh, böses Foul. Wie bei Kalk. Ei, ei, ei. Pukarak. Das könnte nach hinten losgehen. Oh, Torwart ist aber da. Jawohl. Hinten weg. Was macht er denn da? Da war er schon fast vorbei. Ja, so können sie weiter schießen. Das tangiert uns nur peripher. Natürlich weiter Abschlag. Nach vorne genau auf Profischer wieder. Der hat einen Hammer. Oh, der trifft ihn da. Profischer 1-0. Da wird der Verfolger Köln geschlachtet. Ich glaube, die sind ziemlich nah an uns dran gewesen. Also zwei Plätze oder drei Plätze hinter uns. Da wird gezeigt, wo der Hammer hängt. 3-0. Alter, ich wechsle doch mal die Spieler. Oh, jawohl. Gut aufgepasst. Nein, 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 nein. Was? Oh, nicht doch. Schon wieder Elfmeter. Wer hat denn jetzt gefoult? Der Knochenhauer wieder. Mensch, macht das... Alter, das Ding. Gleich nochmal ein Foul. Oder was? Gelbe Kante für den Torwart. Ei, ei, ei. Pass bitte auf, was du jetzt drei hebst. Direkt nochmal ein Elfmeter. Halt das Ding. Und hin. Jawoll. Alles gut. Alles richtig gemacht. Oh, ans Außennetz. Auf die Entfernung. Der war gar nicht schlecht. Aber wir müssen dem Torwart ein bisschen aufpassen. Der darf jetzt nicht noch so eine Gorge machen. Oh Gott. Schnell wieder auf seine Position. Der war ein bisschen verrissen. 25 Spielminute. Wir sind auf jeden Fall gut dabei. Noch. Aber Köln hat auch seine Chancen. Bis jetzt. Ihr müsst euch nochmal... Das hab ich gar nicht gesehen. Oh, nicht doch schubsen. Ah, den Kock. Was macht ihr denn? War das so böse? Ich hab's gar nicht gesehen. Der Ball war wahrscheinlich weg. Und dann hat er da oben noch rumgetreten. Ja, jetzt aber. Komm schon. Der tritt mir von hinten die Beine. Macht mich kaputt. Was ist denn hier los mit der Aufstellung? Das gibt's ja nicht. Wo spielt der, der Kock? Einer von den beiden da vorne. Ja, toll. Es wäre ja nicht schlecht, wenn er mal zeigen würde, wer da fehlt. Povischer ist verletzt. Oh, Leute. Die treten mir hier alles kaputt. Wem bringen wir denn für den Povischer rein? Höschen. Ja, wir können eigentlich nur vor den Kessel bringen. Mittelfeld für Mittelfeld. Und dann müssen wir natürlich einen stärkeren Mittelfeldspieler in die Mitte bringen. Den Ribuun Sestre nach vorne setzen. So ein Mist, ey. Kann ich ja nicht. Mal gucken, ob da vorne zwei Stürmer sind. Also, das ist mir alles noch ein bisschen zu undeutsig. Wir führen 3-0, aber wir haben einen Mann weniger. Das ist natürlich kacke. Und ein Verletzten. Boah, Povischer, der ist gerade abgegangen, Leute. Das kann doch nicht sein. Macht mir doch die Leute nicht so kaputt. Ja, jetzt ist der Ribuun Sestre ganz allein da vorne. Ja, was war denn das? Jetzt ist er weg. Von Kessel hält den Ball im Mittelfeld. Immer noch Kakuch. Kakuraga. Oh, Gegner Pfosten. Was für ein geiler Schuss. Nein, bitte nicht wieder in der Karte. Oh Mann, 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 Mann. Das war der Kogau win. Aber habt ihr gesehen, wie der Spieler verschwunden ist? Den haben wir gerade eingewechselt. Ins Mittelfeld. Oh, jetzt wächst der Torwart natürlich über sich hinaus. Bei den Kölnern. Gut aufgepasst. Super gemacht. Oh, da schießt er dann an Nüschel. Und es gehen die Spieler aus vorne. Halbzeitstand 3 zu 0. Ei, 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 ei. Ob wir das über die Bühne bringen als Sieg? Ging so gut los. So ein Mist. Und natürlich eine rote Karte. Den Fairness-Pokal gewinnen wir hier nicht. Definitiv nicht. Sonst hat Kölner noch Anstoß. Aber die sind auch nicht von schlechten Eltern, was es faul angeht, gell? Oh, nicht doch. Wenn das so weitergeht, kriege ich hier bald noch die nächste rote Karte. Wie bitte hat er denn den jetzt getackelt? Jawoll, das will ich sehen. Durchsetzen da hinten. Oh, aber jetzt reicht's. Rote Karte bitte. Genauso wie bei uns. Von hinten in die Beine. Ich war weg. Jawoll. Runter mit ihr. Verschwind. Du weißes Lamm. Aus Köln. Oh, man hätt's ja mal versuchen können. Aber mittlerweile ist es halt echt. Ja, und Koko Winn. 4 zu 0. Jawoll. Ach, der Diver. Hahaha. Läuft doch. So muss das sein. Aber mit den Karten, Junge. Irgendwann habe ich gar keine Leute mehr. Ich weiß nicht mehr, wenn ich noch aufstellen soll. Knochenhauer. Knochenhauer. Versuch's von hinten. Oh, gegen die Forst. Knochenhauer. Und wieder Knochenhauer. Knochenhauer kann sich wieder behaupten. Wieder Knochenhauer. Was ist denn mit Knochenhauer? Ich hab die Torwart gefault. Hahaha. Da ist was frei im Mittelfeld. Knochenhauer hat viele Chancen. Ah, das war aber ein scheiß Schuss. Der ging ja sonst so hin. 64 Minute. 4 zu 0. Also das sieht gut aus. Ich möchte hier mal zu 0 spielen. Und wieder Knochenhauer. Knochenhauer wächst gerade über sich hinaus. Hat Platz zu gehen. Keiner greift ihn an. Oh, das gibt's ja nicht. Das dritte Mal, dass Knochenhauer den Forsten trifft. Da ist keiner. Oh, der Kock. Was ist denn das? Ja, ihr seid alleine auf euch gestellt. Und ich weiß, hat der Kock nicht eine Rotkarte gekriegt? Und da hat er aufgepasst in der Abwehr. Oh, Kockauwinn. Konnten sie den Ball auf die Seite weglenken. Oh, ei, 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 ei. Durchsitzen da, durch. Oh, gut gehalten, jawoll. Ja, da ist es. Das 5 zu 0. Wieder Kockauwinn. Das ist, glaube ich, die zweite Bude von ihm. Wir werden sehen. Läuft langsam. So langsam habe ich es drin. Aber gegen die Bayern wird es dann wieder ganz anders aussehen. Naja, mal gucken, wie sieht es aus. Ist jetzt mal einer schwach hier drauf auf der Brust? Fitness 80. Ah ja, tatsächlich. Jetzt, der, der Kock. Ne, der hat eine rote Karte. Wie geht denn das? Der darf doch eigentlich gar nicht mehr spielen. Also irgendwas ist in dem Spiel ein bisschen buggy. Ich nehme den jetzt mal. Ich wechsle den mal aus. Mal gucken, was da passiert. Höschen hätte ich noch. Ich habe doch oberbillig. Wir bringen oberbillig. Für den roten Gesperrten. Naja. Also irgendwie ist das komisch. Ja, der war fast schnell. Aha, das kann man pfeifen, ja. Ach, abseits, oder was? Ne, war ein Foul, oder? Ah, jetzt wird gewechselt. Oh, der ist kaputt. Ich habe den kaputt getreten. Ja, wie ihr mir, soll ich euch. Ihr habt mir auch eins erlegt. Sicke, Junge. Ah, da war der Kopf dran. Nicht doch, nein, ich ne, ich wollte zu null. Ach, der nächste kaputt. Ach, du Scheiße, was ist denn hier los? Oh, der Uth. Nein, für den Fletspieler. Bitte halt das Ding. Oh, Alter, ich will einmal zu null spielen. Ja. Oh, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wir bekommen immer ein Gegentor. Immer. Das ist, das Eier hat nicht drin. Der ist angewotzen. Wieso geht er denn nicht rüber, den Schritt? Wenn wir das Ganze mal spielerisch machen hier. Oh Gott. Kriegen wir den geholt? Foul. Ganz klar, das Foul. Manngriff vorne. Das gibt es ja wohl nicht. Aber die Eskalation geht wieder. 5 zu 1 gegen Köln. Die Erfolgserie reißt nicht ab zu Hause. Das ist jetzt das vierte Spiel in Folge, meine ich. Ja, das gucken wir uns jetzt nicht mehr an. Das dauert mir zu lange für die Aufnahmen. Ihr könnt euch die Tore ja gerne angucken, indem ihr nochmal zurückgeht. Und ich werde die wahrscheinlich auch unten wieder mit Timestamps verlinken, die Treffer. Ja, Eskalation. Da haben sie wieder einen gucken lassen. Aber wir haben beide rote Karten gekriegt. Gelbe Karten. Fouls. Ach, Fouls habe ich gemacht. Ach, du Scheiße. Eieieieiei. Aber verdient gewonnen. 61 zu 39 Ballbesitz. Der will schon wieder einen einkaufen von uns. Um wen geht es? Ein Pukarak. Nee, den verkaufe ich nicht. Der hat einen Current Player Value von 467. Und ist jetzt bei 920.000. Also die werden tatsächlich besser. Der ist aber gesetzt bei mir. Und der wird nicht... Den tue ich nicht raus. Der spielt in der Abwehr und der spielt gut. Also nein. 5 zu 1. So, die weiteren Ergebnisse. Endlich hat Hoffenheim verloren. Das ist auch gut gegen Stuttgart. Das freut mich. 0 zu 3. Darmstadt verliert 2 zu 7 gegen Dortmund. Was ist denn da los? Leverkusen 6 zu 3 gegen Mainz. Mönchengladbach 6 zu 5 gegen Bayern. Was? Das ist doch hier kein DFB-Mokal mit Elfmeterschießen und sowas. So, Eskalation 5 zu 1 gegen Köln. Bremen verliert 2 zu 7 gegen Leipzig. Frankfurt 6 zu 3 gegen Union Berlin. Und Wolfsburg 6 zu 3 gegen Freiburg. Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass wir 5 Minuten spielen. Und die das dann auch so simulieren, dass die 5 Minuten spielen. Naja. Und wir sind wieder am Platz nach oben gerutscht. Leverkusen 1. Leipzig 2. Bayern nur noch 3. Vötter Gladbach. 5. Hoffenheim. Und Eskalation ist schon 6. Wir greifen an da oben. Wir kommen in die... Ich weiß gar nicht, ab wann wir hier Europäisch spielen. Wie das in dem Spiel ist. Wir werden sehen. Ja, weiter geht's. Und weiter geht's. Oh, gegen die Bayern im DFB-Mokal. Ach du Scheiße. Oh, in der Liga haben wir gegen Bayern gewonnen. Das weiß ich noch. Aber das wird jetzt hart. Sind denn jetzt meine Spieler endlich wieder frei? Der Kock ist jetzt gesperrt. Und die anderen sind aber wieder frei. Das kann doch nicht wahr sein. Sag mal Leute, können wir doch die Spiele hier nicht komplett wegnehmen? Der Biersinger kaputt. Das ist doch jetzt das dritte Spiel ist doch schon längst rum. Was soll denn das? Torfischer verletzt? Das geht so nicht, ey. Irgendwie spinnt das Spiel. Das ist buggy. Es kann doch nicht sein, dass meine Leute hier kaputt getreten sind und er jetzt meint, er macht was er will. Mach doch mal hier die Sperre weg. Die 3, die geht gar nicht runter. Also da ist irgendwie, sind da Bugs drin. Ja, dann den Akanbi wieder nach oben. Das bringt ja nichts. Linil und Scheißner sind immer noch gesperrt. Akanbi war ein Angreifer, soweit ich weiß. Mit einer 65. Da kommt der Dekock jetzt hier raus. Jetzt bin ich gespannt, wen er dann dafür hinsetzt. Ja, da treten wir jetzt mit einer absoluten Mistgang gegen die Bayern an. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der Scheißner müsste doch längst wieder in Ordnung sein. 65. Ich setze ihn jetzt einfach rein. Ist mir jetzt kackegal. Also irgendwie tut er mit den Letzten hier Scheiße machen. Auf Deutsch gesagt. Scheißner wieder rein. Was haben wir denn noch hier für einen Mittelfeldspieler? Ja, der fand Kessel. Der hat eine 60. Das ist ein Alter von 30. Der reißt nichts gegen die Bayern im Mittelfeld. Das weiß ich. Profischer kaputt. Das war der Goalgetter schlechthin jetzt. So eine Scheiße. Eisenhammer. Haben wir noch was hier? 64er Oberbillig. Stürmer. Attacker. Sollen wir den Oberbillig vielleicht auch mit reinbringen ins Mittelfeld? Kommt der da klar? Was haben wir denn im Mittelfeld stehen? Ich probiere das mal. Oberbillig mal als Auswechsler ins Mittelfeld rein. Ja, dann haben wir den Kock draußen, den ich ja wahrscheinlich nicht einwechseln kann. Das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Auf geht's. Also, dann geht's ab. Wir sind im Halbfinale gegen die Bayern. Union Berlin ist auch noch gegen Hoffenheim dabei. Ja, schauen wir mal, was das wird. Ich sehe da schwarz im DFB-Pokal. Gegen die Bayern. Gegen die Bayern. In dem Sinne. Auf geht's. Nicht lange zagen. Die Bayern fragen. Mal gucken, was er jetzt gemacht hat. Der Oberbillig ist im Spiel. Ja. Ah, er kann wie gespielt und er hat uns den Kummerspeck reingetan. Er nimmt die uns tatsächlich weg. Also, ich kann die setzen, wenn ich will, aber ich krieg's nicht rein. Die Kock ist nicht drin. Kofischer Biersinger kaputt. Ei, ei, ei. Das kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Ah, Delikt. Du lagt. Du lagt. Der Delikt. Das sind alle Spieler, die sind jenseits von unseren Stärken, die Bayern. Mann, wir haben in der Liga 2 zu 1 mal gewonnen. Da hab ich aber wirklich kurz gespielt und hab alle Chancen genutzt, die ich hatte. Ich seh das noch nicht. Dass wir nicht in den Stich sehen. Da ist der Ball schon weg. Das hab ich mir gedacht. Ach Gott, leck mich doch am Arsch. Geht gleich mit dem Elfmeter für den Bayern los. Und er hält. Oh, und jetzt hat man Katte kommen. Oh, leider nicht. Da haben wir noch, sind wir mit dem blauen Auge davon gekommen? Wir kommen hier gleich am Anfang in den Rückstand zu geraten. Oh, der war gar nicht so verkehrt. Der Schuss. Das Problem ist, dass wir hier so gut wie überhaupt... Eieiei, das verheißt nichts Gutes. Gelbe Karte vorbei im Brecher. Eieiei, jetzt müssen wir echt aufpassen da hinten. Oh, wir haben den kaputt gemacht. Den Betang. Den Betang. Boatig. Oh, den hat er aber gut gehalten. Aber jetzt das Ding weg. Nach vorne spielen, Leute. Oh, der hält. Nicht schlecht gehalten. Und Keeper Kallgai. Was machen wir da? Oh, der kommt bald zurück. Das geht ja. Kein Rückpass. Ich komme hier nicht am Ball, wenn die dran sind. Torwart war dran. Die Chancen sind auf beiden Seiten da. So schlecht sind wir nicht. Und da ist er drin. Das 1 zu 0 für die Eskalation. In Bayern. In München. Van Kessel. Auch ihn hat keiner gesetzt. Mit stark geschwächten Team führen wir 1 zu 0 gegen die Bayern. Deutschland Fernschuss von Van Kessel. Heieieiei. Ich bin nervös. Kann sich Van Kessel jetzt noch steigern? Beinbrecher, Beinbrecher, Beinbrecher. Beinbrecher mit dem 2 zu 0. Ja, voll auf die Entfernung. Können wir die Bayern aus dem Pokal schmeißen? Ist die Moral angekratzt. Zwei Fernschüsse und zwei Treffer. Naja, es war mehr. Aber das war nicht schlecht. Das läuft. Das wär's ja, ey. Den Nationalen Pokal. Oh, Hilfe. Nein, 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 nein. Oh, gut gehalten. Ein Keeper Kallgai. Oh, nein, es gibt eine Karte. Nee, doch nicht. Es war zwar ein Fußfoul, weil der Ball war links weg. Heieieiei. Oh, und wieder. Foul. Oh, echt jetzt. Mein stärksten Mann dreht die kaputt. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wieso sind denn die so schnell verletzt hier? Da kriegst du ja nur Probleme. Das muss er ein bisschen runterschrauben. Wen haben wir denn jetzt, die ich da reinsetzen kann als Verteidiger? Ja, so ein Mist. Handlosers Torwart. Da haben wir ein 61er Miesling. Miesling oder Höschen. Was machen wir jetzt? Wir bringen Miesling. Und da müssen wir auch, müssen wir echt gucken, dass wir den nicht in der Mitte sitzen haben. Weil das ist, da brauchen wir einen besseren Naschkatz hat einen 62. Pukarak hat einen 61. Der Beinbrecher. Ja, der hat doch schon eine gelbe Karte. Müssen wir so machen. Ja, das ist jetzt natürlich der Punkt, wo sie uns kriegen. Das müssen wir jetzt aussitzen irgendwie. Den besten Mann zertreten. Das kann in der Liga ja voll nach hinten losgehen jetzt. So eine Scheiße. Ja, wohin? Gar nicht. Stimmt doch nicht. Ball gespielt. Habt ihr ganz genau gesehen. Gegen Manu. Gegen Mané wahrscheinlich. Jawoll. Das war der Rückpass, oder? Oh. Das tanzte sich da durch. Das hätte ich nie erwartet, dass er da durchkommt. Und dann macht er die Bude nicht. Oh. Bitte kein Brechersor. Hau das Ding raus. Oh, nicht doch. Schon wieder Elfmeter. Das kann doch nicht wahr sein. Hau das Ding. Und die Nachschüsse. Weg. Weg das Ding. Jawohl. Eieieieieieieieieieiei. Eieieieieiei. Nein. Oh, schon wieder. Und schon wieder. Nein, gelb-Rot-Gatt. Nein, gelb-Rot-Gatt. Nee. Bedammter Mist. Oh echt, was macht denn mein Torwart? Leute, wie viele Elfmeter denn noch? Der ist doch dumm. Das gibt's doch nicht. Und gleich noch ein Elfmeter. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn er nicht trifft, dann darf er halt nochmal. Was macht denn der Torwart? 1 zu 2 für die Bayern. Und da geht's los. Jetzt wird's schwierig. Wir sind in Untertal. So ein Dreck. Oh, der müsste drin sein. Das wäre eine beruhigende Führung gewesen. Oh, da griffen die Pfosten. Warum sind die immer nur die Pfosten? Die auf, die ich schon an den Pfosten geballert habe in dem Spiel. Das ist unbereit. Nein. Oh, jetzt machen sie den Ausgleich. Ach, Mensch, Leute. Das kann doch nicht euer Ernst sein. So gut hat's angefangen. Da kommt der Menü. Das Menü kommt und schießt uns das 2 zu 2. Verdammter Mist, Junge. Spielerauswahl. Spielerauswahl. Wie sieht das jetzt hier aus? Ja, jetzt auf einmal gehen die Fitnesserunde runter. Ohne Ende. Ja, ganz geil. Die ganze Zeit war da nie das Problem. Akambi. Wen habe ich denn als Ausweckler noch? Oh, verdammt. Kummerspeck 99. Mitfielder. Van Kessel. Der hat eine 83 nur noch. Van Kessel raus. So ein Mist, Junge. Echt verdammter Scheiß. Das gibt's ja nicht. Fitness 94. 98. Miesling. 84 nur noch. Der Pukarak hat bloß noch eine 84. Und der Pukarak hat eine Stärke von 61. Was haben wir denn noch hier in der Verteidigung? Wo wir noch ein bisschen mauern können jetzt hier. Höschen. 61. Komm, Höschen. Rein mit dir für den Pukarak. Akanbi hat eine 85, 84. Haben wir noch einen Stürmer draußen? Wir können gar nicht mehr. Ist ich das richtig? Wir können nicht mehr wechseln. Ach, du grüne Neune. Halbzeitstand. 2 zu 2. Auswärts in München. Ah, so ein Mist hat so gut angefangen. 2 zu 0 geführt. Und jetzt liegen wir zurück. Ich glaube, wir müssen hinten in der Abwehr umstellen. Wir müssen noch eine in die Abwehr stellen. Beinbrecher ist ja raus. Wir machen das so. Oberwillig in die Mitte. Vielleicht kann Oberwillig der Game Changer werden hier. Die Bayern mit dem Mannstoß. Aber wir halten uns ganz gut noch. Oder haben uns... Leute. Das kann jetzt nicht euer Ernst sein hier. Einbau Bayern. Stellt die Leute zu. Da oben. Warum gehst du nicht da hoch? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Geht den Bällen entgegen. Das kann doch nicht wahr sein. Wie gewinnen die diese Zweikämpfe? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, das war jetzt... Das war eine böse Fall, ne? Oberwillig, Oberwillig. Oh! Bedammter Mist war das knapp. Oberwillig haut das Ding übers Netz. Nochmal Oberwillig. Komm schon. Du bist der Match, wenn... Mach die Dinger rein. Ja, Oberwillig. Erst 3 zu 2 in Hunderttal. Oberwillig kann der Match wieder werden. Auswärts in Bayern. Ei, 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 ei. Alter Schwede, warte mal. Meine Nerven liegen blank. Können wir das halten? Nochmal Oberwillig. Komm, nochmal Oberwillig. Ja, wieder Oberwillig. Das 2 zu 4. Jawohl. Ne, das ist der Rebootestrick gewesen. Ei, ei, ei. In Unterzahl. Hauen wir den Bayern doch nochmal zwei Dinger rein. Jetzt müssen wir echt nur noch aufpassen, dass wir das Ding über die Bühne bringen. Oh! Das können sie weitermachen. Weiter vorbeischießen. Da habe ich nichts dagegen. Können wir irgendwie auch Zeit spielen oder sowas? Jawohl! Gut gemacht. Oberwillig! Du bist mein Held! Das 5 zu 2! Und das in Unterzahl. Was geht denn heute ab? Der Eskalation führt den FC Bayern vor. In seinem eigenen Stadion. Haha! Ich gehe kaputt. Nein. Oh, gut. Nein! Nicht gut. Ja, Doppelpass. Genau. Oh! Das klappt ja alles! Was war denn das? Der Beinbrecher! Wo hauht denn das Ding raus? 6 zu 2! Das ist das sichere Weiterkommen im DFB-Pokal! Wir sind im Finale! Wir hauen die Bayern weg! Haben die eigentlich auch eine Lämpfung? Wir sind in Unterzahl! Was ist das? Sind wir in Unterzahl? Ich weiß es nicht. Also dieses Spiel ist ein Bucky, aber... Beinbrecher! Beinbrecher! Beinbrecher nochmal das Ding! Oh! Oh! 2 zu 7! Ich gehe kaputt! Wo kommt denn das Ding her? Der Beinbrecher! Da wartet der Deimer! Also jetzt klappt ja alles! Das ist so eine Gurke! Ein Pfosten! Und boah! Also Bayern München, ich glaube, das dürften sie nicht mehr packen. Der Gulasch hier hat das Ding... Oh! Und da kommt die Frust raus! Der Bayern hat das gesehen! Rubis... Dann weiß ich es auch nicht! Also das darf ich... Oh nein, 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 nein! Jawohl! Der Torwart ist da! Was macht denn der Schiedsrichter bitte da? Nicht für die Bayern, gell, Freundchen? Das haben wir schon oft durcherlebt in den Ligen. Naja, das kann man einfach nicht rot. Das war ein Foul von der Seite. Miesling gelbe Karte, damit kann ich leben. Oh nein, 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 nein! Da kriegt man... Oh! Boah! Das ist so gut! Selbst vorgelegt! Jawohl! Ein Doppelpass mit dem Gegner, das kann man auch mal machen! Oh nein, das gibt eine Karte! Nein! Die nächste... Also bitte, wo soll ich denn die Spieler noch her? Ja, oberbillig! Der Mann des Spiels! Bekommt die nächste rote Karte! Wir haben zwei Spieler weniger mittlerweile, das gibt's ja nicht! Ich weiß, weil... Ich kann nicht... Ey, bitte kann ich wenigstens meine Aufstellung ändern, ja! Na dann geht's halt jetzt einfach nur noch über das Mittelfeld mit Kuka winnen. So ein Scheiß! Sag mal, Mittelfeld kein Spiel mehr! Also so ein Dreck! Kotz vor Ende, haut er noch so ein Ding raus! Die Bayern sind raus! Wir spielen im Finale, weiß ich nicht gegen wen! 2 zu 7! Was? Die Leute! Am Anfang, der Anfang, da hat er mich dann gefoult, aber vorher hat er... Elfmeter gekriegt ohne Ende! Also 1 zu 0, da haben wir geführt, ja! Dann kam das 2 zu 0, da hat's so richtig gut angefangen und dann... Elfmeter Tor, ja Bayern, Anschlusstreffer! Dann hier das Ausgleichstor, 2 zu 2 und dann kam Oberbillig ins Spiel! 3 zu 2 Oberbillig! 4 zu 2 Oberbillig! Hat ein paar Dinge rausgeholt hier! Ich glaub sogar noch das 5 zu 2, genau! 3 Tore Oberbillig! Das war Beinbrecher! Ich dachte, das gibt's ja nicht! 6 zu 2 und dann, glaub ich, nochmal Beinbrecher! 7 zu 2! Also, Wahnsinn! Was für Tore! Der Van Kessel hat das Erste gemacht! Oberbillig 2 Tore, Ribun, Sestre, das 63. Nude! Alter, meine Güte! Oh, ich hab was... Ich hab ein Kantersieg freigeschaltet, Tordifferenz, Gewinne, ein Spiel mit großer Gegend, die Bayern! Wie gut! Ich hab ein Kantersieg gegen die Bayern eingefahren! Alle Bayern-Fans werden mich hassen und... Und bestimmt irgendein Kommentar anlassen, das spielte Scheiße oder so! Oh nein, und wir spielen gegen meinen Erzfeind Hoffenheim! Naja, so soll's sein! Wenn ich das verliere, wär ich echt stieg sauer! Aber nicht mehr in dieser Folge, das werd ich jetzt beenden! Die letzte Folge war schon zu lang! Ja! Jetzt geht's erstmal in der Liga weiter! Und ey, wenn ich meinen Squad angucke, das kann ja gar nicht... Ey, guck doch mal dahin, da ist doch was falsch! Also irgendwas... Repariertes Spiel, mein lieber Hersteller! Ich muss doch... Das muss doch runtercounten! Kann doch nicht sein, dass die hier drei... Dass die immer noch... Die sind ja bald komplett nur noch gesperrt und nur noch verletzt! Keiner kommt mehr zurück ins Spiel! Was soll denn das? Die sind auch wieder alle drei Spiele gesperrt! Das ist ein Bug! Den Oberbillig kann ich ja jetzt dann auch nicht mehr nehmen! Und mein besten Abwehrspieler, der ist auch verletzt! So ein Scheiß! Also ich werd jetzt das Spiel beenden! Meine Lieben... Ähm, ja! Ihr Lieben! Es sieht scheiße aus bei uns im Squad! Aber so ist es dann halt! Können wir nicht ändern! Falls euch gefallen hat, den Sieg gegen Bayern! Wenn ihr ihn genossen habt, das 2 zu 7 für uns in München! Dann lasst mir gerne ein Like da und vielleicht ein Abo für die nächsten Folgen hier! Aber ich hab ein bisschen Angst, dass wenn das so weitergeht, ich überhaupt keinen mehr aufstellen kann! Aber auch zu Unrecht, weil der Counter nicht abläuft mit den gesperrten Spielern! Das bleibt einfach! Das ist einfach weiter gesperrt! Was soll denn das? Jedes Spiel drei Spiele sperrt! Das muss 2, 1, 0 und dann kann ich wieder einsetzen! Das ist ein Bug und den werd ich auch melden! Das gefällt mir gar nicht! Okay, in dem Sinne! Hab einen schönen Abend! Ich bin raus wie immer! Tschö mit Ö! Tschö mit Ö!